Hallöchen, Pompöchen, willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Survivor 2. Ich meine natürlich Resident Evil Survivor 2. Ein Spiel, das keiner Vorstellung bedarf, denn es ist wirklich, es ist Vergessenswert. Man kann es auch einfach, ich bin sehr froh über viele Horror- und Survival-Horror-Klassiker, die ich schon nachgeholt habe und noch nachholen werde, so wie das erste Silent Hill wie Resident Evil 3 auch. Aber das gehört nicht dazu. Also wenn ihr mal irgendwie alle Resident Evil Spiele spielen wollt, viel Spaß damit, aber lasst ruhig Survivor 2 aus. Nein, es ist schon auch irgendwie ein bisschen skurril und so, man kann es sich schon mal angucken, ich weiß es nicht. So, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Worcest Roach Mode ist. Ich nehme das Assault Rifle, die Magnum. Achso, ich kann nur eine Waffe nehmen, aber dafür mit unendlich Munition. Oh, kann ich meine Wahl wieder rückgängig machen? Irgendwie, ne, ja doch, weil dann nehmen wir doch die Magnum. Bin ich mal gespannt. Unendlich Magnum. Oh, hier sind überall Roaches. Hä? Ich weiß nicht, ob die Magnum dann die beste Option war, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass wir wirklich gegen die Kakerlaken kämpfen. Ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt hier, muss ich jetzt die ganzen Kakerlaken von den Wänden schießen. Ja, dann war jetzt die Magnum wahrscheinlich die denkbar schlechteste Idee, ne? Ich schieße halt jetzt wirklich mit Spatzen auf Kanonen oder so ähnlich. Ich meine, ehrlich gesagt, das mit Spatzen auf Kanonen schießen, auch nicht die beste Idee. Das muss man auch sagen. Aha, ich musste einfach nur in dem Raum Kakerlaken kaputt machen. Das ist der Versus Road Mode. Oh, Gottes Willen. Das Spiel ist dumm. Was ist das? Mit der Magnum. Jetzt stehe ich hier mit der Magnum und versuche diese einzelne... Ah, hier habe ich sie getroffen. Ich kann ja auch nicht höher oder tiefer zielen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Oh mein Gott, hätte ich eine andere Waffe nehmen sollen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Zeit abläuft oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann ja wirklich nichts machen, außer warten, dass sie in meine Schussbahn laufen. Mega frustrierend. Wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man drauf, so einen Modus zu machen? Vor allem, was hat das noch mit Resident Evil zu tun, oder? Das sind ja nicht mal irgendwie mutierte Kakerlaken. Also zumindest tun mir die nix. Die sehen auch normal groß aus. Also für so amerikanische Roaches. Yeah! Das ist der Versus Road Mode. Meine Güte. Interessant. Lesson 2. Wipe out. Nein. Ich muss das jetzt nicht hier einfach in 100 Räumen machen, oder? Mit der Magnum. Okay, wartet. Okay. Okay. Machen wir von mir aus nochmal den Versus Road Mode. Warum denn nicht? Ist okay. Aber wir machen den nicht mit der Magnum. Warum ist das überhaupt ne Option? Warum sollte man? Na, das ist die Frage, ne? Ich hab ursprünglich gedacht, nehmen wir die Disassault Rifle mit. Aber die Schubflinte könnte auch ziemlich... Nehmen wir, vertesten wir mal die Schubflinte. Mal gucken, ob die ganze Wände sauber macht, so wie ich hoffe. Let's go. Mal gucken. Die ist hoffentlich... Die dürfte sehr viel effektiver sein als die Magnum. Wobei ich gesehen hab, dass die Magnum tatsächlich auch manchmal zwei, drei Kakerlaken gleichzeitig erwischt hat, ne? Ja, ich hab das Gefühl, wenn ich weiter weg bin, wird die Magnum tatsächlich effektiver im... ...im... ...Wende säubern. Aber irgendwie weiß ich's auch nicht so recht. Ja, wisst ihr was? Ich versuch noch mal kurz das Assault Rifle. Mal gucken, ob das ein bisschen besser funktioniert. Oh Gott. Das Spiel ist so mega weird einfach. So weird. Ich schätze mal, die haben irgendwie mit begrenzter Zeit und Ressourcen versucht, einfach alles aus diesem 30 Minuten Arcade-Spiel rauszuholen für die Konsolen-Adaption, ne? Aber irgendwie hat Capcom zu zwei Praktikanten gesagt, hier macht das mal übers Wochenende unbezahlt. So ungefähr wirkt das. Hier habt ihr das Arcade-Spiel. Macht mir da übers Wochenende unbezahlte Umsetzung für die Plätze. Und zwei, let's go. Viel Spaß. Ja, Assault Rifle ist das Beste hier. Weiß nicht, ob Treffergenauigkeit eine Rolle spielt, aber... ...damit kann ich halt einfach in die Richtung der Kakerlaken halten und hoffen, dass sie einfach reinlaufen, wie es funktioniert. Damit kann man arbeiten. Wenn ich jetzt noch hoch oder niedrig zielen könnte, das wäre der Hammer. Ja, ich meine wirklich, selbst wenn es als Lightgun-Shooter in der Arcade war und auch für Playstation als Lightgun-Shooter eher konzipiert ist, finde ich halt, wenn man die Möglichkeit anbietet, das mit dem Controller zu spielen, dann sollte das halt auch wenigstens funktionieren. Und das tut's halt wirklich nur so, ne? Boah, gerade so. Barely. Gerade so spielbar, würde ich sagen. Und dafür gibt's halt 2002 keine Entschuldigung. Wäre das Spiel jetzt von 98, hätte ich gesagt, ja, alles gut, ne? War eine andere Zeit und so weiter. First Personship auf Konsole, ja, schwierig. Alles gut. Aber 2002 oder 2003, ich glaub 2002 im Japan Original, ne, dafür gibt's keine Entschuldigung. Da gibt's, da lass ich weder Lightgun ist eigentlich die primäre, äh, Steuerung, noch das Alter des Spiels gelten. Die Ausreden zählen nicht. Das hätte damals schon besser funktionieren können und müssen. Aber ich find's schon interessant, dass Resident Evil schon von Anfang an so viel mit First Person rumexperimentiert hat im Grunde, ne? Der erste Teil hätte ja schon First Person Shooter werden sollen, wenn die technischen Limitationen der Playstation nicht dazwischen gefunkt hätten. Dann kamen eben Survivor 1, 2 und 4 letztendlich, die dann eben First Person Shooter waren. Zumindest dann teilweise beim vierten, glaub ich, ne? Aber da kommen wir noch dazu. Und dann letztendlich, ja, bei Sieben wieder. Und das find ich ganz interessant, weil Sieben... Jetzt, wo ich mich so ein bisschen mit dem Cut-Content und, ne, mit den verworfenen, ähm, mit den verworfenen Konzepten der Resident Evil-Reihe und so weiter beschäftigt hab, äh, kann man Teil Sieben fast unter der Perspektive sehen, dass das so ein bisschen die ursprüngliche Idee von Resident Evil umgesetzt hat. Jahrzehnte später. Aber das hätte Resident Evil 1 schon sein können, wollen, so ein bisschen, in der ursprünglichen Vision. Das find ich schon sehr spannend. Und dann haben Sie ja auch ein Chris-Modell gewählt, das zwar allgemein sehr gehatet ist, das ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht finde, weil das sehr viel mehr an den Original-Chris erinnert hat. Das war halt nicht mehr der Resident Evil 5-Bodybuilder-Chris, aber das war eine sehr gute Besetzung und eine sehr gute Interpretation, hey, S-Rang, des Original-Resident-Devil-1-Chrises. Find ich super. Also das war ein guter Chris für mich, der Resident Evil 7-Chris. Mit dem hätten Sie gern weitermachen dürfen. Ich bin gar kein Fan vom Resident Evil 5 übertriebenen Action-Held-Bodybuilder-Stein-Hau-Chris. Eine Stufe zurück, Back to the Roots, hätte, oh Motten, hätte mir ganz gut gefallen sogar, würde ich sagen. Naja, wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist Resident Evil 7 so das verspätete erste Resident Evil. Eine neue Interpretation der Ur-Version, der Ur-Konzepte für das erste Resident Evil ein bisschen. Und da bin ich gespannt, wann wir zu Resident Evil 7 kommen, das habe ich ja auch jetzt in ein paar Jahren nicht mehr gespielt. Mit der Brille, aus der Perspektive das Ganze nochmal zu betrachten. Und so das, dass die ursprüngliche Vision von Resident Evil 20 Jahre oder 30 Jahre, so was nachträglich nochmal aufgegriffen. Spannend. Ja, der Versus-Roach-Mode ist schon was Besonderes. Mein Gott, die Folge hier dauert erst 10 Minuten. Ich habe das Gefühl, wir schießen schon eine halbe Stunde auf Kakerlaken. Es ist halt ein bisschen monoton. Ich schieße halt doch eigentlich einfach jetzt seit 10 Minuten gegen die Wand, ne? Und es, aber jetzt kamen immerhin Motten. Ah, der Final Showdown. Kommt jetzt, kommt jetzt Kakerlaken-Nemesis. Ich habe wirklich gerade Schaden bekommen. Oh, da ist ein Laser. Was? Guck mal, da ist ein kleiner Roboter-Laser. Ein Laser-Roboter an der Wand. Die Kakerlaken haben aufgerüstet anscheinend. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Kakerlaken haben sich kleine Kakerlaken-Laser gebaut. Anti-Menschenspray. Wer ist jetzt die dominante Spezies? Ha, 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 haben sie gesagt. Wenn die Kakerlaken könnten, müssten sie einfach nur eine Atombombe behalten. Oder so mehrere. Ich glaube übrigens, das stinkt nicht. Ich glaube übrigens, das ist so eine Urban Legend, dass Kakerlaken nur radioaktive Strahlung oder Atombombe überstehen würden. Ich glaube, das hat man eher irgendwie ursprünglich so scherzhaft gesagt. Und irgendwie wurde das dann so zum allgemeinen, allgemeinen, also wurde das allgemein geglaubt. Aber zumindest, logischerweise, glaube ich, muss man nicht erklären, dass ein Explosionsradio seiner Atombombe würde nichts überstehen. Und radioaktive Strahlung ist ziemlich sicher auch für Kakerlaken nicht geil. Ich glaube schon, dass zukünftige Generationen von Kakerlaken nicht begeistert werden von sehr starker radioaktiver Strahlung. Ja, alle Missionen abgeschlossen. Die Kakerlaken-Insel wurde von einem Chat in die Luft gesprengt. Hey, ich habe mal nochmal in ein Wiki geguckt und ich habe zwar die Quellen nicht überprüft, weil ich nicht dran gedacht habe, das war eher so zufällig. Und Chris Redfield war tatsächlich für ein paar Jahre, bevor er zu Stars gegangen ist, Pilot bei der Air Force. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist scheinbar offiziell Kanon. Ich weiß nicht mehr, woher die Information stammt. Aber wisst ihr was? Da schaue ich jetzt schnell nach, weil ich gerade das Chat sehe. Würde mich gerade interessieren. Uno momento! Gucken wir mal. Die Wikis hier, die sind eh hier. Ich bin oft auf dem residentevil.fandom.com-Wiki und die sind auf jeden Fall gut verlinkt. Also die Quellen, meine ich. Da stehen tatsächlich auch öfter mal Behauptungen drin, wo ich mir denke, okay, wo kommt das her und warum steht das da und kein Quellenverweis und gar nichts. Aber in der Regel haben die sehr gute Quellenverweis. Ja, super. Ausgerechnet für den Punkt mit der US Air Force haben die jetzt hier wieder keinen Quellen-Nachweis. Wartet mal ganz kurz. Bla 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 bla. Hier. Das offizielle Biohazard Navigation Book Ah, in Resident Evil 5 wird das anscheinend auch noch mal bestätigt, wenn man seine File liest. Okay. Welche Quelle war das jetzt? Will ich jetzt schnell mir angucken. Kleinen Moment. Ich meine, ich glaub's dem Wiki schon, ne? Gerade bei den großen Hauptartikeln zu den Hauptfiguren, da schauen viele Leute drüber. Aber trotzdem, es wäre nicht das erste Mal, dass sich da kleine Fehler einschleichen, die über Jahre hinweg unentdeckt bleiben. Da haben ja ich und Michael in den Fallout die Fehlinformationen aufgedeckt, dass der mysteriöse fremde Farmer genannt wird. Eine Information, die sind super viele Lore-Videos von allen Creatoren auf der ganzen Welt geschafft hat, weil das jemand irgendwann mal ins Wiki geschrieben hat. Aber auch mit Quellenverweis. Aber in der Quelle findet man halt nichts davon, ne? Naja, okay. Das ist natürlich sehr gut. Nicht wirklich, oder? Die Quelle geht zurück auf den Artikel, in dem es behauptet wird. Okay, jetzt bin ich skeptisch. Jetzt bin ich tatsächlich skeptisch. Nein, hier hab ich's. Hier hab ich eine Transkription von einer Notiz aus Resident Evil 5, Kapitel 3, 1. B.S.A.A. Agent Chris Redfield, bla bla bla, Military Career, United States Air Force. Ja, das haben sie dann im fünften Teil wahrscheinlich noch dazu geschrieben, weil er in Code Veronica Jet fliegt. Okay, okay, okay. Ja, okay. Es wird zumindest kurz erwähnt in dem Dokument in Resident Evil 5. Na, dann ist alles gut. So, cool. Dann haben wir es den Kakerlaken gezeigt, ne? Man hat sogar nur 30 Sekunden, um seinen Namen einzugeben. Das ist einfach alles noch so akkadig. Das macht halt in dem Konsolenspiel einfach keinen Sinn mehr. Und dass die das dann drin nicht rausgenommen haben, bedeutet für mich einfach nur, dass die keine Zeit oder keinen Bock oder kein Interesse hatten. Also, das Entwicklungsteam wahrscheinlich keine Zeit und Capcom kein Interesse. Game over. Jetzt wird alles gelöscht. Panzerfaust EX ist jetzt im Versus Roach Modus verfügbar. Yay! Oh Gott. Ich starte jetzt den Versus Roach Modus. Heute ist die, das ist jetzt die Versus Roach Folge, weil ich möchte das jetzt nochmal mit der Panzerfaust machen. Moment mal. Ach so, für ihn? Ist das seltsam. Aber gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, die Panzerfaust reinigt ganze Wände einfach mit einem Schuss, weil ansonsten ist das einfach nur eine noch schlechtere, noch langsame Magnum hier. Okay. Ich finde es sehr lustig, wie im Verzögert die Kakerlaken sterben. Dauert irgendwie nach der Explosion ungewöhnlich lang. Und vor allem jetzt für die kleinen Feuerwerke. Hey! Sind halt irgendwie Sprengstoff-Kakerlaken. Ich habe heute zum ersten Mal, wie heißt die Seite gleich nochmal, Human or AI oder so ähnlich gemacht. Das ist so eine Seite, da hat, chattet man zwei Minuten lang mit einer Person, man hat immer nur 30 Sekunden oder weniger sogar Zeit, um Antworten zu schreiben. Und dann nach dem kurzen Gespräch muss man raten, ob man gerade mit einem Menschen oder mit einer KI geredet hat. Und aktuell finde ich zumindest, war es noch relativ leicht rauszufinden, mit wem man da redet. Aber es gab Fälle, wo ich mir dachte, ah, das ist garantiert ein Mensch und dann, bam, war es eine KI. Also, wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo man KIs nicht mehr eindeutig in einem Chatgespräch identifizieren kann. Aber schon noch, würde ich sagen. Also, ich habe das, glaube ich, irgendwie 20 Mal gemacht und 17 Mal oder so konnte ich richtig raten, ob es eine KI oder ein Mensch ist. Also, was heißt raten, einschätzen. Aber es gab eben die Fälle, wo ich es falsch geraten habe. Und immer in diesen Fällen dachte ich, es wären Menschen, das war eine KI. Einmal war es ein bisschen lustig, weil da dachte ich, dass wir beide so tun, als wären wir eine KI. Weil es war so klischeehaft, die KI, ne? Es war so übertrieben KI, dass ich mir dachte, ja, das ist jetzt Fake. Das ist jetzt ein Mensch, der so tut, als wäre eine KI. Und ich habe dann auch so getan, als wäre ich eine KI. Und dann war es wirklich eine KI. Das war so viel KI, dass ich schon nicht mehr dachte, dass es eine KI ist. Ah ja. Okay, ich habe mir herausgefunden, dass der eine sehr viel höhere Schussverkennung hat, als ich dachte. Okay. Okay. Das ist ziemlich mächtig. Gut. Ab jetzt werden die Level leichter. Okay, wartet. Jetzt halte ich den Knopf mal gedrückt. Eventuell, wer weiß, ob das nicht ein Raketen, also ein Gatling-Raketenwerfer ist. Nee. Gedrückt halten geht nicht, aber sehr schnell drücken und ist sehr effektiv. Wie konnte ich im zweiten Level eigentlich Rang D kriegen? Ich verstehe es nicht. Alle anderen waren bis jetzt Rang S. Ist das wieder so ein weirdes System, wo es irgendwie bis Triple S geht oder so, wie man das aus japanischen Spielen oft kennt? Ich finde es lustig, dass wir Trobokakerlaken sind, ne? Seht ihr die so ein bisschen größere, die einen Wüsenantrieb hinten haben? Okay, das war ein fast perfekter Run. Ich glaube, den Versus-Roach-Modus machen wir nicht nochmal. Aber zumindest ist der irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was der ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Zumindest ist er irgendwie so schön zum Nebenbei-Machen. Ich glaube, das war so ein bisschen das... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie so ein Puzzlespiel oder so, dass man so nebenbei macht, während man irgendwas anderes guckt oder so. Keine Ahnung. Ja gut. Versus-Roach. Ich dachte... Meine... Ich kann euch sagen, was ich erwartet habe. Ich dachte im Versus-Roach-Mode... Ich habe Witze darüber gemacht, dass man da gegen Kakerlaken kämpft. Ich dachte, da wird es jetzt irgendeinen hunkartigen Agenten geben, der Roach heißt. Und man muss irgendwie mehr Gegner töten wie der oder irgendwie sowas, ne? Und dann gibt es einen Counter, wer effektiver ist. Aber nee. Es ist der Versus-Kakerlaken-Modus. Wortwörtlich. Es ist schon lustig irgendwie. Habe ich eigentlich in meinem ausführlichen Playthrough neue Reports gefunden. Ah, tatsächlich. Einen immerhin. Und dann müssen wir mal gucken. Die schauen wir uns vielleicht auch nochmal an. Gut. Den Rank-Mode haben wir noch. Den würde ich mir gerne nochmal anschauen. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, den Arcade-Modus grinden und den Dungeon-Modus durchspielen. Ranking-Mode. Gucken wir mal, wie viel uns der noch gibt. Ansonsten machen wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen Dungeon- und Arcade-Mode. Hilft ja nix, ne? Hilft ja nix. Ich finde es schon gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang das Spiel. Es ist immer noch sehr schlecht und dumm. Aber irgendwie habe ich fast sowas wie Spaß. Und das ist ja auch was wert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.